Herzlich Willkommen bei den Liberators. Hallo. Ich bin Phil. Ich bin Benji. Ja, ich habe Angst. Ich habe schon. Wir spielen Amnesia, den zweiten Teil, Machine for Pigs. Warum spiele ich das? Ich will nicht. Hier. Ja, warum spielst du ihn nicht? Ich habe es nicht. Okay. Ich denke zu ihm. Ja, ich weiß. Aber ich bin eh, 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 ich bin eh. Ich bin eh, 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 ich bin eh. Ja, ist okay. Ähm. Hör mich nicht hier, weil du das Ohrweißel davor gestrickt hast und das Mikro jetzt weiter weg ist von deiner Fresse. Ich denke schon. Okay. Wir hören dich dann schreien. Okay. Dann machen wir es einfach so. Ja. Ich drücke mal auf Start. Was habe ich für eine Engine Field? HPL Engine 2. Okay. Okay. Gibt es ja schon seit über einem Jahr, glaube ich release irgendwas September 2013, ne? Und 17 Euro bei Steam, falls ihr euch traut. Was ist ein Herz? W. A. S. D. Nein. W. T. A. B. A. A. B. aber jetzt gerade Gastauftritt in dem Spiel Daddy Daddy Please go to me Warum sagt er sein Mann? Das heißt aber kein Kind, der weiß, oder? Ja, wer weiß, was das für eine kranke Seele ist in der Rede Ich weiß es nicht, du hast mich in der Ruhe Gärt das so? Oh, ja, das gehört so Vielleicht kann ich schon was machen? Nein Gott sei Dank Ist das die Maschinen vor Piks, oder was? Ich habe keine Ahnung Oh, ich kann noch nichts machen Außer mich fürchten Es passiert irgendwas Daddy, Daddy Jetzt war es ein Kind Daddy, Daddy Jetzt was ich denke, jetzt was habe ich gesagt Das ist nicht Was, dass du so wichst? Nein Welche Person das ist Achso Ich wäre rausgelassen Nein Du bist in dem Käfig, der so einfach Kannst du jetzt spielen? Hast du eigentlich hineinsertal gespielt? Ja, aber nicht Ganz durch Na cool, verstehe ich jetzt gar nicht 15 Minuten Ja, ich glaube bei mir auch Nein, ich habe quasi 20, 30 Minuten gut gehalten, aber Nein, ich glaube bis irgendwas passiert ist Ich war noch nicht mit dem Gegner Jetzt sagen wir es so Ich bin noch nicht alleine geblieben Oh, ich kann schon Bisschen Movement Oh, du traumelst So geht es uns immer nach dem Party rocken Achso, ich muss schief gehen Ich zieh mir mal was an Gelb oder blau? Blau Äh Ich glaube hier gibt es nichts zu holen Warum ist das alles so? Du bist jetzt Warum ist das mein B Oh Das ging ja im ersten Teil schon Dass man da mit der Maus Das geht langsam ab Ja vor allem ich kann es nur antippen und loslassen Es geht weiter Siehste, hier steht eh auch Was ist mit Ride? To, Throw, Door Oh Da reißt das auf oder was? Du kannst das auch nur so einen Spalt aufmachen Ja, und dann reinklotzen so Hallo, Sir Und dann laut zuhauen am besten Warum ist das, Sir? Das ist ein Bett Ja, mit Kita-Stäben Da gibt es was zum Lesen Wir lesen aber nicht Nein, danke Too long been read Na, genau Potato Woher wäre denn nur Potato? Stirb! Im Sessel habe ich es mal gezeigt Sessel Dagi 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 Freundas Wer wäre denn da? Warum macht ihr das grün? Jetzt ist ja noch ziemlich hell und so Stimmt, ja Wie hast du den Sessel runter? Mhm Gerade ist mein Haus Oh, jetzt ist der Tiger im Badezimmer und Ja Was hat das mit der Badewanne zu tun? Hat an deiner Kinder sicher gespielt oder so? Muss mal Mach mir die mal lieber zu Da ist kurz den Boden geküsst, oder? Oh, da geht's rauf Kann ich auch um die Ecke klotzen Papa, Papa, this way Papa! Ja, super, also, Oh Du verhurtter Ball, Leute Verzieh Dich Ja, aber da war ja irgendwas da mit, da ist ja nicht umsonst runtergefallen. Sehr. Okay, ich geh mal da her, weil da ist nix. Das sind aber nicht wir. Oh ja. Tandy. So, Problem gelöst. Das war nur der Wiese. Nein, wir machen sie nicht auf. Ein kranker Armatum. Was ist das? Ein totes Schwein. Kopf. Machine for Pigs. Ich seh mal hinter den Spalt. Jetzt bleib mal cool. So, niemand darf hier rein. Das ist... Ja, wir sterben hier jetzt, weil ich will nimmer. Gekommen schon, Tandy. Okay. Oh, schon geht in dem Spiel nicht. Das gibt's nicht. Das geht einfach nicht. Ich lebe meine... Da geht sicher nicht weiter, muss am Dachboden. Da ist ein bader Mann gekommen. Das stimmt gar nicht. Wir sind eh gut. Wir haben mehr Angst vor dir als du vor uns. Weiter nicht so eine Musik, bitte. Ist da was gelaufen? Warte, ich will mal ne Laterne aufkommen. F. Aber die geht ja aus, die hat ja nicht unendlich Licht, gell? Ja, mit diesen Öl-Ding, ne? Ja, du musst Öl finden. Be careful, du nur antworte the tension with the beam. Okay. Kann man da durchcrouchen? Nein, ich will grad den Hammer nehmen, um irgendwo in die Fresse zu hauen. Ja, das wäre ja cool. Oh, da kannst du sicher reincrouchen. Das Brief. Wie du siehst, der won't bear Christmas this year. He's much too busy. Bibel, toll. Und, sagen wir uns die Steine was? Hm, in fünf Tagen sind wir tot. Warum haben diese Arschleiche immer so riesen Häuser? Weiß ich nicht. Aber das ist doch noch links gelaufen, oder? Ja. Da ist auch wieder so ne Schweinemaske. Was ist da jetzt? Ich weiß nicht. Wie sich das verkeilt hat. Wie sich das verkeilt hat. Oh, shit. Crouchen ist immer cool. Also, wir haben ja nur so ein kleiner Rautzen. Komm her! Oh, du musst halt einfach Arscheln, der Gesunde. Ah, sieh gleich der Schlagen damit, oder was? Oh, hi, denk, Daddy. Dings schon, dings schon. Warum ist in einem Dachboden sowas? Haha, sieh, glaub die Lampe ist ausgegangen, gell? Es geht. F***, Alter. Gib mir den Hammer. Ich geh morgen nicht arbeiten, damit ich nachher schlafen kann. Gibt's da irgendwas? Ein Baby, das schreibt. Gibt's da niemand da, oder so? Auf jeden Fall die Lampe dürft nicht ausgehen. Das haben sie aus dem Spiel wenigstens rausgenommen. Ja, da. So. Überall so schweine... Dämliche Tür. Ich hasse dich. Erklär mir, warum wir über den Dachboden in so ein guseliges Dings reinkommen. Achso, ja, weil die Tür verschlossen war. Da gibt's keine Tür, die zufallen kann, sehr gut. Das sind nicht wir. Nein! Gott, du kannst jetzt die Bibel nehmen. Nein, ich nehm mehr. Ich exerziere dich, Dämon! Ja. Erzieh dich! Was kann ich denn noch nehmen? Wasser, oder was? Ah, irgendwas, gell? Dann geh mal nach hinten. Haha, ich bin der Unterlagen-Klauer! Bam! Das jetzt den Move macht. Wenn's immer die... 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 Genau. Oh, ansaufen kannst dich. Die... Was ist denn? Hä? Oh, shit. Eh, nichts passiert? Ich meine, in echt. Ja. Buh! Ich will diese Waffe! 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 Sind überall diese scheiß Schweinemasken, gell? Ja. Ja. Geh weg! Und so viele Türen, wo man durch... Mann, lass mich wissen. Du darfst nicht einmal schon die Lampe drausen. Entschuldige, ich will jetzt einfach sagen. Klappe weg, Klappe her. Klappe weg, Klappe her. Klappe weg, Klappe her. Okay. Und ich weise dich drauf hin. Ich liebe jetzt die Lampe weg! Ja. Ja. Hallo. Oh, Telefon. Einfängig sprich. P-E-C-F. 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 Ja, wenn er sich die Frauen umzieht. Jetzt ist da eine Maske am Tisch. War die vorher nicht, oder was? Are you serious, oder was? Ja! Ja, dann gehen wir. Oh, okay, das ist ja der Fatmaster, der offensichtlich in der Zwischenwände lebt. Ah! Ich versteh, bei der Badewanne ein bisschen. Ja, der hat sich da beobachtet wahrscheinlich. Ja, und gezeichnet. Schön. Überhaupt kein Psycho, der da wohnt. Das ist nicht hier, oder? Du bist sehr mutig. Warum? Weil du einfach in den Gang reingegangen bist. Tja. Erdbeben! Spiel zu Ende! Ja! Ja! Wuseliger Witz nimmer, ja! In Lilith's Honor, a bookman. sperst noch nicht rein, ja.. Es ist Abspann, es ist aus?! Nicht verdammt! Ich will... estoy anhol damit, ja. Okay, warum soll ich laufen? Ist das wirklich notwendig? Du musst ja bekanntlich immer runter hin, wie in den Keller. Ja, schön. Ja, wo? Ja, wo? Naja. Zeig es euch, es gibt kurz keine Witten. Keine Abendessen. Was mir auch auffällt, was in dem Teil nicht gibt, ist dir dein Hirn, wird nicht angezeigt, du hast dir auch ein Herz und so. Naja, stimmt. Ob du Angst hast? Das muss ich selber wissen. Ha? Das muss man eh selber wissen. Naja, ob er in dem Spiel halt. Ob er Angst hat, oder so. Ja, du hast eh selber Angst, da braucht nicht der in dem Spiel auch noch Angst haben. Oh. Jumanji! Hm. Hätten wir noch in die andere Tür gehen sollen, weil da gibt es jetzt schon wie... Jetzt haben wir schon drei Möglichkeiten, irgendwo hinzu... NEIN! Oh mein Gott. Ich schätze gar nicht. Hier geht es mal... Nein, hier geht es mal nach draußen und dann haben wir noch eine Tür hier übersehen, ne? Wo? Da! Die da! Oh mein Gott. Da geht's auch noch draußen, okay? In der von! Hallo? Nein, wer sind sie? Oh, okay. Wenn du mir hilfst, kann ich dir helfen, sie zu verlassen. Restore die Power-Mandas, drange die Flödinge und starte die großen Fahrzeuge. Wo soll ich gehen? Hallo? Nein. Ich spiele mir ein bisschen viel Leder. Wie geht das? Hm. Schade. Ich hasse diese Gänge. Was sagt das Grammophon? Ja, nein. Ich glaube, du hast etwas ziemlich gut in Mexiko getroffen. Ich verstehe. Ah, das ist die andere Seite von dem Raum. Und? Nice, gell? Was passiert jetzt? Alter, diese Tausend... Mach ich dir das zu schnell auf? Ja, aber diese Tausend Türen gehen. Wenn wir uns sagen. Hm? Nee. Da ist wieder eine Tür. Und ein Zehn. Die werden nicht gläsen. Die werden nicht gläsen. Ja. The Fat Man. Ja. Fat Fat. Precious Eagle Cactus Floor. Kein Kopf bleiben, oder? Okay. Wir müssen... ECF. Und das ist plötzlich zu, oder? Wir haben das hinter sich zugemacht. Das ist die andere Tür. Ich weiß gar nicht. Ah, das ist ein Nashorn, ja. Das ist auch ein Nashorn. Ja, was ist das da? Das ist ein Nashorn. Ja, was ist das da? Ja. Hippo ist das eine moderne Nashorn. Geht das jetzt auf dafür? Nein. Ah, aber wir müssen hier rein. Hm. Kann man die auch mal noch nicht? Da ist die dritte Tür, die noch draußen gegangen wäre. Ja. Spiel vorbei. Neu anfangen, weil... mir hätte es von der anderen Seite kommen sollen. Ja. Rechts da? Ja, da war das Bad, oder? Da. Da ist auch zu. Was machen wir? Zehn mal, gell? Wiesel gibt's ne Meb. Na. The Grand Whore. Oh. Ah. Die Fabtime. Wow, da hat sich ja wie ausgetobt. Na, der hat die jetzt aufgemacht, weißt du eh? Dann die einfach rausgezogen aus der Badewanne und dann gleich Fabtime. Ja, das war glaube ich Raptime dann, oder? Warte mal, schau nochmal in das Fenster. Wieso? Da bist du doch aufgewacht. Da liegt doch jetzt was drin. Oh. Aber wir schauen mal, ob du dieses Text da betätigen kannst. Musst du sogar. Ach, muss ich das? Ups. Gut, ich kann's ja wieder aufmachen, klar. Fuck. Mein Bierpick kommt dann. Ja. Ich mag nicht mehr. Ich würd mal sagen, wir hören mal hier aufzuspielen, das ist ja schon way too creepy. Okay. Wir haben Angst. Ihr auch. Hoffe ich. Halt mich viel.